Wem muss ich denn jetzt als erstes? Hallo! Und zack, mit einem Schlag ausgelöpselt. Sehr gut. Wo ist eigentlich Armin hin? Oh, hier ist er, Javg. Armin ist unterwegs. Sehr gut. Er ist unterwegs. Was macht die da? Das sah ein bisschen stuller aus. Da ist noch ein Gaskanister. Jaja, muss kurz warten. Mir tut es immer noch nicht leid. So, einmal hier wechseln. Ich muss es einfach tun. Upsa. Ja. Wieso haben wir den hier? So, alles klar. Zack, zack, zack. Wir müssen unseren Taktiker beschützen. Fletch, Fletch, Fletch. Oh, Armin ist wieder on the way. Sehr gut. Komm schon, Armin. Wir sind gleich da. Armin, arm out. Ach ja. So, da haben wir es erfolgreich geschafft. Mit, äh, Arnis Verlust. Aber hey, wir haben es erfolgreich geschafft. Yay, erfolgreich, er ist hier. Ich bin der Zeit, wie sieler wurde. Willse. Ich bin der Anfang, war mir eine Technik aus guess. Aber если es nicht hier so gut, dann können sie machen. Irgendwie sind schnell moyen. Das ist alles, was du, Armin! Erl, du hörst du? Ich komme aus, woher du rauskriegst! Was ist die Mutter, was du? Das ist, dass ich, wenn ich, wenn ich aus der Welt herauskriege werde? Erl, du sagst, was du? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für mich. Schütze Eren, alles klar, da wollen wir mal. Huch, Alter, was war das? Alter, verdammt. Ey, willst du mich eigentlich finatzen? Komm, jetzt lass dich doch nicht ritzen. Komm. Mikasa möchte jetzt hier, Fletch. Und, Fletch. Eben kurz Gas auffüllen. Ich geh sofort auf den Nacken, scheiß was, auf den Rest von dem Gammelgesicht. Zack. Oh, Eiran ist da hinten. Ne, das hier bei uns, da hinten ist nur ein gewisses Männlein in Bedrängnis. Ah, Mikasa wurde gesichtet, okay. Nein, lass mich nutzen, lass mich nutzen. Danke. Dafür gibt's die Quittung. Oh, ich muss mal kurz meine Klinge wieder wetzen. So. So. Ah, da kommt der ab nochmal, das Spacko. Das ist nicht der, der auch Thomas? Das kann gar nicht sein. Alter. Ah, herzend. Ich muss mich... Wow, irgendwie... Meine Fresse. Ich komme nicht weg. Ich muss den irgendwie ausschalten. Oh, es ist leichter gesagt als getan. Mir hilft ja auch wieder keiner. Sauber. Mission erfolgreich. Oh. Oh. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Das war's für heute. Ah, das war geil. Uh, wieder ein S-Rang. Nice. Obwohl ich Arni nicht retten konnte. Verdammt. Uh, ein neues Schlachtrost wurde zur Schlachtrostversorgungsstation hinzugefügt. Wie gesagt, will ich halt fokussieren. Okay, bewirkt, dass Signale zur Entscheidungsschlacht länger aktiv sind. Ah, okay. Und ein Haufen Abzeichen wieder. Ein Haufen Zeug. Okay, alles klar. Dankeschön. Die Verstärkung von Waffen ist jetzt in der Ausrüstungsversorgungsstation verfügbar. Uh, nice. Aber zum allerersten Mal hat die Menschheit die Titanen besiegt. Hm. Mach mal das Schiefen weg. Aufklärungstrupp. Ein Regime, dessen Hauptaufgabe darin besteht, Gebiete jenseits der Mauern zu erkunden. Seit dem Fall der Mauer Maria änderte sich die Zielsetzung. Nun soll die Vorarbeit für die Rückerobung der Mauer geleistet werden. Zu diesem Zweck werden militärische Routen und Versorgungsbasen eingerichtet. Insbesondere erstellt das Regime Wege für zukünftige große Truppenbewegungen im Bezirk Shinganschina, dessen Mauer zerstört wurde. In dem Vorräte in den mittlerweile in Schutt und Asche liegenden, weit vererteilten Dörfern und Städten platziert werden. Okay, die Insignien des Regimes sind ein paar übereinander liegende Flügel, die Flügel der Freiheit genannt werden. Wings of Freedom. Die Rückerobung von Bezirks Trost unter der mutigen Führung der Mauer-Ganison mit Unterstützung der Trainingseinheit wurde zum ersten erfolgreichen Schlag gegen die Tarn. Die Euphorie über diesen Sieg wurde jedoch von der Tatsache überschattet, dass Salra hier Todesopfer zu beklagen waren. Ich kann nicht schnell lesen. Neben der Mauer-Ganison verfügt die Menschheit über zwei weitere Regime. Die Militärpolizei, die im Namen des Königs für Recht und Ordnung sorgt. Und den Aufklärungstrupp, der sich in das Territorium der Titanen jenseits der Mauer vorwagt. Einer der Gründe für die schweren Verluste bei der Verteidigung und Rückeroberung von Bezirks Trost war das fehlende Elite Veteranen des Aufklärungstrupps. Wem diese Silhouette wohl gehört? Zweites Kapitel Schwingen der Freiheit helt fünf Minuten Redaktion der Flatsch in Richtung Strop und den LSD haben eine Weich in Richtung zu über den Strafsitzern. Ein Wort das Flatsch-Ex� in Richtung Koffirm war das Flatsch-Einiger der Kraft. Ich kann das Flatsch-Einiger darstellen. Ich hab ihn, der flan. Der Flatsch-Einiger- bishop. Der Flatsch-Einiger-Köschen-Bahn. Hör Fertig! Ich bin der Flatsch. Ah, ich bin der Flatsch! Sie sind in einer Flatsch-Einiger. Es gibt einen Schuss, die ich vor allem nicht weiterleitet. Woh! Nämlich. Alleine die Musik von uns vor allem. Aber wenn du es ihr so schlechtes Leben als Tidal hat, dann wird er sein. Die Beweilung des Milcherspieler Klassiker der Dämpativen Analyse und der Schleubung des Tidalen-Marschleiden, Das war's für mich. Diese wichtigsten Bewerbungen der Bewerbungen der Menschenrechte sind der Krieg des Menschenrechts. Nice. Aber ich würde mal sagen, wir machen ein kurzes Päuschen. Oh, kurzes Aufnahmepäuschen. Und, ähm, ja. Dann können wir in der nächsten Aufnahme als Levi... Ich vergesse es jedes Mal. Als Levi spielen. Voll cool. Levi ist cool. Äh, der alte Saubermann. Und dann würde ich mal sagen, ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir machen in der nächsten Aufnahme weiter. In dem Sinne, Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Buongiorno, meine kleinen Macaronis für eine neue Aufnahme von Attack on Titan Chicken Wings der Freiheit. Ja, ähm, wir sind Levi. Levi mit der Trafalgar Lorsstimme. Voll geil. Und ich würde mal sagen, bevor wir loslegen mit unserer kleinen Stuckelding hier, möchten mich noch mal noch langsamer vorbereiten. Hey, was geht? Mach dich schnellstmöglich bereit. Äh, der Umgangston ist schon ein bisschen netter, ne? Verstärkende Ausrüstung. Verstärkung für Ausrüstung ist jetzt verfügbar. Wenn du nicht benötigst das Ausrü... Wenn du nicht benötigte Ausrüstung in Materialien umwandelst, kannst du die Fähigkeiten von ausgewählter Ausrüstung durch Verstärkung verbessern. Äh, okay. Ätadadadam. Verstärken. Klingen. Okay. Will die Ausrüstung, die du verstärken möchtest, will die Ausrüstung, die du als Rohmaterial verwenden möchtest. Ah, okay. Das Verstärken. Okay. Okay, wir suchen uns eins aus, wenn wir mehrere Sachen haben und können dann einfach bis zu drei Materialien, äh, die wir auch haben, einfach damit reinballern. Also zum Beispiel noch fünf, hier, drei weitere Klingen. Interessant. Da wir von jedem nur eins haben, ist das im Moment sinnlos. Okay. Ich glaube, ich kann allgemein nichts gerade verbessern, oder? Ah, doch kann ich. Dunkerstärke, Rollgeschwindigkeit, okay. Gasdruck, verbleibendes Gas. Komm, das machen wir besser. Okay. Okay. Ah, das können wir auch verwässern. Komm, mach ich einfach mal. Wir haben es ja. So. Möchtest du in der Schlacht siegreich, ähm, mögest du in der Schlacht siegreich sein? Äh, wir sind, äh, Levi, wir werden auf jeden Fall siegreich sein. Ja, dann wollen wir mal. Genau, Petra hieß sie. Ich habe Gas und Kling aufgefüllt. Ich bin in der Zeit bereit, gegen die Titanen zu kämpfen. Du wir, äh, du wirkst, jetzt habe ich, äh, zu schnell weggerückt. Scheiße. Äh, du wirkst, Petra. Weil ich die Stadtbewohner nicht enttäuschen will. Gehen wir bald, Kommandant? Natürlich. Ja, wir brechen auf. Ich bin direkt hinter dir, Kommandant. Sie ist geil auf ihn. Benehmen fehlt, macht er durch sein Pflichtbewusstsein wett. Erwin setzt große Hoffnungen in ihn. Des Weiteren ist er ein Sauberkeitsfanatiker und fühlt sich beflissen, jeden Außenposten, den er bezieht, bis in die letzte Ecke zu reinigen. Die perfekte Putzfrau und der super Hausmann. Wirbelhieb ausführen. Diese Fähigkeit entfesselt einen mächtigen Webelangriff. Oh, yes. Äh, leere dich ohne. Wie? Leere dich ohne. Okay. Okay, haben wir. Wow. Was für ein Drecksack, Alter. Upsa, das habe ich ja erfolgreich vermuzzelt. Ah, mach mal. Und. Okay. So, warte mal. Ah, Mann. Da war das Haus im Weg. Komischer Spacko. Was willst du eigentlich von mir? Das war ja jetzt ultra gut. So. Wieso sollte ich mich eigentlich eben lernen, ohne mich, ähm, zu bewegen? Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, doof. Ach, da, der Kleine hat er ausgesucht. Okay. Oh, der Kleine hat sich nicht wieder.